Zwei Brücken leuchtet, die Residenzstadt im 18. Jahrhundert. Nach einem Jahrhundert von Kriegen erlebte die Stadt Zwei Brücken im 18. Jahrhundert einen wunderbaren Aufschwung. Herzog Christian IV. machte seine Hauptstadt zu einem europäischen Kulturzentrum französischer Prägung. Mit Johann Ludwig Petry beschäftigte Christian IV. einen Meister der Gartenkunst. Petry schuf Schlossgärten im französischen Stil, die sich beidseits des kanalisierten Schwarzbaches zogen. Die Doppelallee zu beiden Seiten des Baches prägt bis heute das Stadtbild. Schwarzbacher